Vor einer Woche noch Schneefall gehabt, jetzt schon die ersten Sommertage und sogar in niedrigeren Region die ersten Hitzetage gestern gab für dieses Jahr über 30 Grad. Nun ist es so, dass die Luft ausgeräumt wird und dementsprechend etabliert sich eine Unwetterlage am heutigen Tage. Und dementsprechend werden wir uns das jetzt nochmal zu Gemüte führen, was es jetzt genau, bzw. was genau auf uns zukommen wird. Denn die Gewitter werden dynamischen Charakter bekommen, organisierten Charakter und dementsprechend ist diese Wahrscheinlichkeit für Superzellen gegeben. Gehen wir aber jetzt darauf ein und dementsprechend ein erster Blick auf den Satellitenfilm von aktuell, von gerade. Wir sehen im Prinzip hier, diese Luftmassengrenze sich etablieren. Hier sind Aufleitniederschläge zu verzeichnen, das ist Regen. Und aus Nordwesten zieht jetzt kalte Meeresluft ran, währenddessen wir noch unter WLA, unter Warmluftabvektion, uns befinden. Also es wird aus Südosten nochmal so richtige schwüle Subtropikluft herangeführt. Und dementsprechend, wenn diese zwei Systeme ja aufeinander prallen, bildet sich eine sogenannte Konvergenz, wo die Winde unterschiedliche Richtungen aufeinandertreffen. Die Luft muss aufsteigen, weil sie kann ja nicht weg und dementsprechend sind hier Gewitterwahrscheinlichkeiten bzw. Unwetterwahrscheinlichkeiten gegeben. Was brauchen wir zu diesen Superzellen bzw. zu diesen Gewittern? Als erstes brauchen wir den Wind oben, habe ich jetzt mal markiert. Man kann im Prinzip erkennen, dass aus Südosten in 850 Hektoberskal, also quasi in 1500 Metern Höhe, der Wind aus südöstlicher Richtung kommt, währenddessen, hier ist die Konvergenz in der Höhe, währenddessen er hier aus westlichen bzw. nordwestlichen Richtungen kommt, gegebenenfalls auch mal schon aus südwestlichen Richtungen. Dementsprechend kann man hier diese Konvergenz erkennen. Im Windfeld unten sieht das nämlich zum selben Zeitpunkt anders aus. Da liegt die Konvergenz schon hier. Und dementsprechend kommt in der Niedertroposphäre der Wind, währenddessen er hier aus Südosten kommt, in der Niedertroposphäre, Entschuldigung, schon aus nordwestlichen Richtungen. Im Prinzip kann man hier eine Überlappung erkennen, also quasi eine Windscherung. Hier haben wir nochmal Südostwind, wie gesagt hier Nordwestwind. Diese Windscherung verleitet den Gewittern die Dynamik. Wenn wir jetzt noch die Energiewerte der Luft uns zu Gemüte führen, also der CAPE, das Convective Aviable Potential Energy, also die verfügbare Energie, die einer Konvektion bzw. einer Gewitterwolke zur Verfügung stehen würde, kann man erkennen, dass zu demselben Zeitpunkt, wie ungefähr die CAPE-Werte bei 1000 bis 1100, sogar 1200 Joule auf dem Kilogramm Luft anliegen haben, und die Lifted Indexe im Prinzip auch negativ sind. Die Lifted Indexe, wenn die negativ sind, ist es ein Indiz auf instabile Luftmasse. Wenn sie positiv sind, auf eine stabile Luftmasse. Dementsprechend sind hier diese Unwetterkriterien bzw. die Energie auch gegeben. Hier nochmal eingekreist. Dort liegt der CAPE am höchsten. Wenn man jetzt die Bereichseingrenzung macht, das ist ja bei Gewittern immer so, man kann nie genau sagen, wo wird ein Gewitter punktuell entstehen. Man kann immer nur die Bereiche eingrenzen. Das machen wir jetzt. Wir nehmen im Prinzip hier die Konvergenz in 850 Hektepaskal und hier die Konvergenz in Bodennähe, die ich euch eben gezeigt habe. Dann haben wir hier einen Bereich, wo sich die Winde in unterschiedlichen Höhen schneiden. Nehmen wir jetzt den CAPE noch hinzu, kann man erkennen, dass wenn man das alles überlappt, die Unwettergefahr hier in den kommenden Stunden am höchsten ist. Die Unwetterzentrale beworben schon vorab vor diesem Bereich hier. Dort können im Prinzip die Gewitter am stärksten ausfallen. Das ist im Prinzip diese Konvergenz in 850 Hektepaskal bzw. 1500 Meter Höhe und hier am Boden. Der CAPE überlappt und somit kann man im Prinzip diesen Bereich, wo die Gewitter am stärksten auftreten können, eingrenzen. In diesem Bereich ist im Prinzip äußerste Vorsicht geboten ab heute Nachmittag bzw. ab heute Abend. Dementsprechend kann man aber auch nicht genau sagen, wo und wann ein Gewitter entsteht. Es wird sehr wahrscheinlich im Erzgebirgsvorland bzw. im Erzgebirge losgehen, weil dort die Urographie ein wichtiger Triggerpunkt ist. Im Prinzip kann dort die Luft schon durch die Berge eher zum Kondensationsniveau kommen, also quasi dort, wo die Wolke entsteht, und braucht weniger Energie, um eine Gewitterwolke entstehen zu lassen. Wenn diese Gewitterwolke dann entstanden ist und der Wind in der Höhe aus nordwestlicher Richtung kommt, auf dem Boden aber noch aus östlicher Richtung, dann kann sich dieses ganze Ding in Rotation versetzen und im Prinzip eine Superzelle entstehen lassen. Ein längerlebiges Gewitter mit Großhagel, starken Sturmböen und auch 20 bis 30 Liter auf den Quadratmeter binnen kurzer Zeit. Diese Gewitter werden im Prinzip hier im Erzgebirge entstehen und dann nach Nord- bzw. nach Nordosten ein bisschen ausschermen. Das muss man beobachten, aber dementsprechend nochmal gesagt, dort ist das Unwetterpotenzial am höchsten. Dementsprechend auch nochmal ein Ausrufezeichen und nochmal kurz zusammengefasst, 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter, wenn die auftreten in kurzer Zeit, Hakel bis 4 Zentimeter, überhaupt kein Problem. Umso höher der Aufwind oder umso stärker der Aufwindbereich ist, umso schneller oder umso mehrmals kann dieses Hakelkorn immer wieder in die flüssige Phase kommen und dann auch wieder aufsteigen, in die Frostphase vergrößert werden und immer wieder, wenn das immer wieder in den Aufwindbereich des Gewitters reinfällt, wird das immer wieder hochtransportiert. Und irgendwann ist eben das Hakelkorn zu schwer und der Aufwind kann das eben nicht mehr halten und dann fällt es eben zu Boden. Aber wie gesagt, 14 Zentimeter absolut kein Problem. Blitzschlag, Sturmböden und es ist auch, ich will jetzt keine Panik machen, aber es sind gewisse Parameter auch vorhanden, dass sich bei einer absenkenden Worldcloud, also unter der Mesozyklone, dass sich dort auch eine Trichterwolke beziehungsweise ein Tornado bilden könnte. Es ist, also man kann Tornado sowieso nicht vorhersagen, aber die Parameter, wir müssen es einfach ansprechen, die Parameter sind einfach gegeben und dementsprechend will ich das auch nicht außen vor lassen. Es muss nicht passieren, aber es ist ein kleines Risiko vorhanden, das muss man einfach ansprechen. Genau, das zur heutigen Unmetallage. Ein kurzer Blick auf den Männertag, auf den uns Bevorstehenden. Man kann im Prinzip erkennen, die 30 verschiedenen Member des GFS-Modells, die einzelnen Graphen und je nachdem, wie eng die auseinander liegen, desto genauer ist die Vorhersage. Wir pendeln uns jetzt von der Höhe oder von der übermäßigen Wärme jetzt erstmal wieder in die Normalität ein und wir sehen aber auch Niederschläge, Niederschlagsignale. Und genau hier, wo der weiße Feil ist, ist der Männertag und der Niederschlag geht hier verbreitet bei jeder einzelnen Berechnung von dem GFS-Modell nach oben und dementsprechend sollten wir uns auf regenfeste Klamotten einstellen. Es wird morgen vor allen Dingen dann richtig einregnen, es wird auch stärker mal richtig konvektiv regnen und das wird dann erst am Donnerstag wieder rausziehen. Also, ja, blödes Timing, aber so ist das nun mal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und kommt gut durch den Tag, behaltet die Radare im Auge und gegebenenfalls können wir ein paar schöne Strukturen erkennen. Ich werde mich heute Richtung Leipzig auf den Weg machen. Ich werde die ganzen Zellen, im Prinzip, wenn sie entstehen und über Erzgebrockskamm, nötig davon abfangen und gegebenenfalls kann ich ein paar schöne Bilder schießen. Ansonsten, bis später, genießt noch das Wetter und tschüssi.